Ich habe ein Mummeltier. Liberiert von Arcos. Ich schiebe mich von der Lichter. Es ist gut, ein freundliches Gesicht in der Wildnis zu sehen. Ich komme, dich an deine Reise zu sein, wenn du mich immer noch haben möchtest. Ich komme, um mich eurer Sache anzuschließen, wenn du hier, falls ihr mich noch dabei haben wollt. Ich würde die Unterstützung begrüßen, Rassat, das wisst ihr. Aber warum habt ihr eure Meinung geändert? Was bringt euch hierher? Ihr schient entschlossen zu sein, in Bados tot zu bleiben. Ihr hattet eure Chance, Mönch. Verschwindet. Nehmen wir mal die zwei. Ich habe einige Zeit gebraucht, um darüber nachzudenken, was wirklich in dieser Welt wichtig ist. Dem Bedürftigen zu helfen, ist ein ehrgeiziges Ziel, aber Bados tot ist nicht der Ort, an dem ich jetzt sein sollte. Ich rieche eine Geschichte. Was geht hier vor, Rassat? Ich wünsche, ich könnte es euch sagen, mein Freund. Ich greife nach Schatten. Vielleicht sind sie real, vielleicht eingebildet. Ich werde euch nicht in meine Dunkelheit ziehen, nicht bis ich die Wahrheit kenne. Wenn mein Pfad deutlich wird, seid ihr der Erste, der es erfährt. Bis dahin. Ich würde mich euch gerne anschließen, wenn ihr mich dabei haben wollt. Ich brauche im Moment keine Hilfe, aber die Dinge ändern sich. Ich warte auf mich im Lager der Flammenden Faust östlich von ihr. Wenn das euer Wunsch ist, mein Freund, möge Selune euch wohlgesonnen sein. Asad wird unter dem Lager der Flammenden Faust auf mich. Ja, das sind diese... ...unerwarteten Verbündeten. Rassat will sich mir nicht länger anschließen, aber auch ich will ihn nicht mehr in meiner Gruppe haben. Ich habe ihm gesagt, ich würde ohne ihn weitermachen. Er würde im Lager der Flammenden Faust aus mich warten. Komische Formulierung. Wahrscheinlich irgendwie schlechte Übersetzung. So, wie viel Uhr haben wir jetzt? 19. Stunde. Und ja, hier oben ist nichts mehr. Okay. Dann gucken wir mal kurz in diese Höhle. Warum habe ich das Gefühl, hier ist eine Falle dran? Oder auch nicht? Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Der Blastermann liegt in diesem Sarg. Seine Augen sind geschlossen und er scheint tot zu sein. Ihr sollt first. Worum ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, ich kann ihn nicht einfach töten. Ihr braucht nur zu fragen. So, ist jetzt Uhrzeitmäßig schon spät genug. Hallo? Ich dachte, ich hätte was gehört. Wer ist da? Ich bin es. Es ist noch nicht nach, kommt zurück, wer es dunkel ist. Okay. Also, wenn ich hierhin reise und wieder... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Orkso-Trolle? Sterbtrolle abschauen. Mh, mh, mh. Da ist Orn. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Tis mein Will. I'll recover. Lasst sie uns ordentlich verdrösen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh... Wie kann ich helfen? Habe ich einen Säurepfeil für den Troll? Ja, habe ich. Einen Säurepfeil für diesen Troll? Worum geht es diesmal? Ja, ein paar Feuerpfeile für Safana wäre nicht schlecht in dieser Situation. Ja, wie ihr wünscht. Also, ja, kurzes Hintermezzo hier. Wie kann ich helfen? Wo nun geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Trogs gegen Trolle. Hm. Diese Höhle stinkt nach vortem Fleisch. Aus dem Neuen ist das Geräusch von fließendem Wasser zu hören. Okay, das ist zum Glück eine kleine Höhle nur. Historische Abhandlung von Drachenspeer. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Ja. Genau. Get him! Ähm... Den da müssten wir irgendwie loswerden. Wie kann ich helfen? Ah, ich habe Feuerpfeile. Trogs gegen Trolle. Flustroll auch noch. Ha! Mein Ziel ist wahr! Nein, den sollst du nicht im Nahkampf angreifen. So, jetzt ist Lustroll. So. Worum geht es diesmal? Ja, ich verstehe. Ja? Wie ihr wünscht. Ein Winterwolf, Pelz und ein Schädel. Wasser des Zimpels ist trüb und es gibt so sehr wenig Licht in der Höhle. Ihr könnt nicht erkennen, was sich unter der Oberfläche verbirgt. Egal, wie sehr ihr es auch versucht. Keine Ahnung, was man hier anfangen könnte. Ganz ehrlich, bevor ich nicht mehr zurückkommt. Also ich werde wahrscheinlich dahin nicht zurückkommen. Will ich mal kurz gucken. Also ja, ich weiß, ist da nicht wirklich, ähm, ist da wirklich geschummelt, was ich jetzt gerade mache. So, ich weiß, was ich jetzt noch nicht mehr. Aber ich weiß, was ich noch nicht mehr. Ja, das macht irgendwie Sinn. Das war's im Tümpel des Trümers, gibt nur sehr wichtig in der Hilfe. Mit Hilfe von Infravision entdeckt ihr einen Tunnel unter der Oberfläche. Ihr könnt hier den Tümpel eintauchen und den Tunnel untersuchen. Hi, Jungs. Okay, hier bräuchten wir eine Hast. Die Hast könnten und alles könnten wir vorher schon probieren. So, hier sind auch nämlich jede Menge Arsfresser drin. Oh. Äh. Ich bin yours, um zu kümmern. Du bist ein. Mein Ziel ist wahr. Ja, irre. Was ist das? Du bist richtig. Ich habe nie versucht, dass ich es geben werde. Au! Wie kann ich helfen? Hier kommen 300 Pfundes der Justiz. Gut. Was liegt jetzt hier auf dem Boden? Okay, ich bin jetzt langsam überfüllt. Was ist das? Ein Glühwürmchen. Auf dem, auf dieser Sorgfähigen aus einem Holz geschnützten Schleuder. Oh, die macht Feuerschaden doch extra. Das ist ja nice. Das ist echt nice. Sonnenfeuer. Habe ich überhaupt schon einen Fimfer-Slot? Nein. Dafür habe ich jede Menge Fimfer-Zauber. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Oh, Perlen und anderes Zeugs. Ich habe übrigens gerade schon gedacht, dass wir in dieses Zufallsgebiet hier gekommen sind. Äh, dass unser Lager angegriffen wurde. Also, dass wir zurückkommen hier unten. Und hier ist der Ausgang. Okay. Nee, da mischen wir uns nicht ein. Wir reisen erst mal zurück in unseren Wagen, ja? Ich werde mich im Handumdrehen, darum kümmern. Hier ist Rassad. Glint. Naja. Lassen wir erst mal. Ja? Keinen Abstand von mir, Kivil. Eure trivialen Worte blinken mich nur ab. Machen wir mal in der Hast. Da geht's heilen schneller. Vita. Mortis. Arion. Vita. Mortis. Arion. Okay, jetzt habe ich gerade das Heim abgebrochen ausgesehen. Vita. Mortis. Arion.